Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, der Agent spricht Spanisch. Hola! Mabex dreht am Rad. Und Marco kriegt ein Fussballtrikot. Ich bin tot. Ich bin komplett dead. Oh nee! Ich bin über diesen scheiß Huppel gekommen. Ach man, ich geh mich löschen, ey. Komm, schieb mich bitte. Ach, ich hab... Nein! Ich hab nicht hingeguckt. Darf ich bitte? Darf ich bitte? Ja, aber es hilft. Was tust du denn? Ja. Mann. Ja, aber mein Bett. Das ist der letzte. Okay, ihr seid der letzte. Egal, egal, kann ich nicht sehen. Ach man, das ist doch scheiße, ey. Hey, hey, hey. Okay, you're on the right. I have some light in the middle. Hello there. There's a slow car, man. Hold your line. You're in the middle, three wide. Clear right. Oh, oh. Irgendwann haben wir jetzt Platz. Man, ist das zu kratzen mit dem Boden. Wirklich. Ja, ehrlich. Er war so überhaupt nicht in der Situation, da irgendwie reinzuhalten. Meine Fresse. Sowas Dummes. Kommt wieder was aus der Box. Da ist der BMW. Oh, Junge. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Oh, wo kommt der her? Du bist so ein ... Alter. Verpiss dich. Junge, du bist so ein ... Alter. Verp... Richtiger ... Darum hast du eine Quali-Sperre, du ... Alter. Sorry. Nice, das Überholmanöver. Nice. Nice. Genau so macht man's. Wieder berührt. Oh, der hat noch eine DT für Tracklimits. Tolle Wurst. Ja, 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 ja. Sein Boden, Alter. Jetzt achten wir auf seine Inputs. Hier verliert er das Auto. Aber jetzt tritt er noch mal in die Bremse. Und ... ... stellt sich jetzt hier komplett in die ... ... Ideallinie. ... und wir müssen ihm ausweichen. ... 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 Bro! Fleisch hat komplett Dings abgeräumt vor mir. Ja Junge, die kommen durch, ne, die kommen durch. Junge, 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 da ist mir auch einer hinten reingeballert. Was ist denn? Perfekt, ja. Ich wurde teleportiert? Warum wurde ich teleportiert? Bro! Let's go! Oh, oh, Alter, die fahren nach vorne, sieben wide. Ja, Bro, als er zu diesem Wetter kommt, der Kist, der wird schon wieder. Du entgehst den Massencrash hinterher. Ja. Ich bin mittendrin. Vorne. Ja, ich bin tot. Ja. Ja, Junge, da war ein Crash, ich konnte nicht mehr ausweichen. Oh, nee. Was ist da los? Oh, Junge, hier steht der Esten. Boah, Jumpscare. Wo steht der Esten? Das verrate ich dir noch nicht. Oh, da ist... Oh, oh, oh. Oh, ja, ich bin komplett tot. Ich bin komplett tot. Komplett. Ich bin komplett tot. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich habe gebremst, aber die Hintermisten sind mal reingefahren. Oh mein Gott, Digga, das ist was. Oh mein Gott. Echt unberechtigter Weise auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Mich schießt ein M2 ab. Ich habe 34 Sekunden Damage. Oh. Digga, jetzt fährt noch mal einer an mich rein. Oh. Meine Scheibe ist kaputt. Ja, ich fahre nur noch geradeaus. Ey, also das ist alles Schepp und Wackel. Oh mein. Nein, Mann. Oh, Chiro. Oh, Chiro. Chiro, konzentrier dich jetzt. Ich habe Chiro. 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 Er schießt mich einfach komplett ab, Alter. Alter. Also das ist wirklich ab, fuck. Hoch. Das hat gut funktioniert. Jetzt wird es unangenehm. Ihr wird da so viel schneller sein. Ja. Oh, Hendrik. Oh. Ja, gut. Das habe ich mir jetzt ein bisschen andershergestellt, ehrlich gesagt. Eigentlich habe ich mir einen ziemlich geilen Feilt ausgemacht hier am Ende. Danke. Oh, no. Was hat Denise gemacht? Dankeschön fürs freie Räumen der Bahn. Also ich bin so gespannt, wenn ich meine Brille kriege, Ende der Woche. Was das ausmacht. Oh, no, 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 no. Bruder, kommt der jetzt her? Habt ihr den kommen sehen? Ich überhaupt nicht. Das war nicht. Ola. Ich glaube, das lag an der Brille. Oh. Scheiße. Entschuldigung. Ich schieb's auf die Brille. Nein! Ich bin extra vom Gas gegangen. Scheiße. Nein, nein, nein. Wir waren zu schnell. Aber wir können es eh nicht mehr absetzen, gell? Die zählt ja gar nicht mehr. Ach, wie dumm. Die zählt ja gar nicht mehr. Das war die letzte Runde. Scheiße. Ich lecke mich am Arsch her. Oh. Oh, sorry.